Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder bei Kaidu und haben geschaut, welche Teile ganz neu im Onlineshop eingetroffen sind und uns da dann unsere Favoriten rausgepickt. Ich habe festgestellt, seitdem ich so nach Hamburg gekommen bin, also in den letzten Jahren hat sich mein Einkaufsverhalten extrem geändert. Früher habe ich einfach alles, was ich schön fand, direkt gekauft und habe massenhaft Klamotten angesammelt und jetzt bin ich dabei, dass es noch ein bisschen kontrollierter und vielleicht auch erwachsener anzugehen. Ein paar Basics, die besonders toll sind zu kombinieren, anzuschaffen, vielleicht mal ein bisschen mehr zu investieren und daher habe ich mich auch für diesen schönen Rock entschieden, denn ich finde, man kann ihn super kombinieren, da er eben auch eine passende Länge hat. Man kann ihn zu jedem Anlass tragen, mit einem schlichten T-Shirt und vielleicht lockeren Sneakern, aber auch einer schicken Bluse, einen langen Wollpulli, wenn es jetzt kälter wird, auch dass man vielleicht nur den unteren Teil vom Rock sieht und ich finde es schön, dass man auch hinten mit dem Reißverschluss regulieren kann, ob man ihn eben mit einem Schlitz tragen möchte oder ich sag mal geschlossener und daher finde ich, ist das ein super Basic, dass man sich auf jeden Fall anschaffen kann und Kombinationsmöglichkeiten bietet dieser Rock natürlich auch wie Sand am Meer. Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute gerne diesen schönen grauen Pullover vorstellen. Den habe ich mir als mein Favorite ausgesucht. Ich tendiere gerne dazu, im Herbst schöne kuschelige und warme Sachen zu tragen. Ja, die Temperaturen werden jetzt auch immer wieder ein bisschen frischer, deswegen finde ich den Pullover ganz toll. Den kann man auch super als Zwiebeloptik kombinieren mit einer schönen Bluse drunter oder einfach mit einem gemütlichen Kuschelschal. Was mir sonst noch ganz toll gefällt an dem Pullover sind diese feinen Leder-Applikationen, die das Teil einfach nochmal aufwerten und ja, was ganz Besonderes draus machen. Ja, auch ich habe mir heute ein Lieblingsteil ausgesucht und zwar diesen schönen grauen Strickpullover. Wie ihr sehen könnt, trage ich heute selber Grau und Grau ist einfach eine wunderbare Farbe für Herbst und Winter und passt zu jeder Haarfarbe und zu jedem Typen. Ich persönlich würde den Pullover irgendwie da lässig über die Schulter tragen, zum Beispiel zu einem Lederrock oder zu einer Lederhose oder zu einer Destroyed oder Boyfriend Jeans oder am liebsten trage ich halt persönlich immer sehr auffälligen Schmuck und auffällige Details und da dieser Pullover sehr schlicht ist, kann man das auf jeden Fall wagen.